Guten Morgen! Keiner ist gezwungen mehr zu arbeiten und alle können sich frei für eine Arbeit entscheiden. Oder anders ausgedrückt das bedingungslose Grundeinkommen ist heute das Thema worüber ich mich mit Euch heute unterhalten möchte. Der Sinn des bedingungslosen Grundeinkommens ist, dass kein Mensch gezwungen werden kann Dinge zu tun die er nicht möchte. Ich selber habe ja 2 Jahre lang als Arbeitsvermittler bei dem Arbeitsamt gearbeitet und kann zwar sagen dass ich keinem meiner Kunden in irgendeiner Weise etwas aufgedrückt habe was er nicht möchte, aber ich habe durchaus aus dem Kollegenkreis vernommen dass da häufiger mal gegen den Willen eines Menschen gehandelt wird. Auch ist nicht wegzureden dass der Respekt gegenüber den arbeitslosen Menschen in unserer Gesellschaft das der arg zu wünschen übrig lässt, da arbeitslos ganz häufig mit V gleichgesetzt wird, oft aber diverse Umstände zusammenkommen warum derjenige oder diejenige keine Arbeit bekommt die man da gar nicht reflektiert oder inkludiert. Ich denke da nur an Alleinerziehende oder Menschen ohne öffentliche Verkehrsanbindung. Gerade wo ich Arbeitsvermittler war war das ein ganz großes Thema. Aber auch ist der Arbeitsmarkt nicht für jede Branche immer ungesättigt und dass ein Diplom-Ingenieur der vielleicht derzeit nicht benötigt wird, dass dieser nicht plötzlich Zugfahrer werden will, weil er sich ja über Jahre hinweg da qualifiziert hat als Ingenieur, das ist auch verständlich und nach meiner Ansicht zu respektieren. Zudem kostet das ganze Hartz 4 System Unmengen an Geld. In einigen Studien ist es sogar so dass das System der Grundsicherung billiger ist als das bürokratisch nimmerendende Fass ohne Boden vom Hartz 4. Du kannst zum Beispiel als Hartz 4 Bezieher mit einem einfach immer wieder eingelegten Widerspruch gegen eine Einladung das ganze System flachlegen, da viele Arbeitsämter nicht mit dem Widerspruch bearbeiten hinterher kommen und der Widerspruch von der vorigen Einladung noch auf dem Tisch liegt, wenn wieder schon die nächste rausgeschickt wird und damit muss dieser Mensch nicht mehr eingeladen werden. Bedingungslosiges Grundeinkommen würde sehr viel Bürokratie auflösen, aber natürlich fallen dabei auch Arbeitsplätze weg. Aber da es ja dann ein Grundeinkommen gibt, ist das ja auch irrelevant, da man mit 1000 Euro mehr als gut in Deutschland leben kann. Auch würden wenn man quasi 1000 Euro sicher hat, viel mehr Menschen den Sprung in die Selbstständigkeit wagen und einfach neue Dinge riskieren, Projekte wagen und viel mehr Innovationen wären meiner Meinung nach auch die Folge, auch würde sich eben die soziale Situation komplett entspannen. Man müsste kein Mobbing mehr ertragen, weil man Angst vor seinem Job hat und seine Existenz und seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Man könnte einfach frei sein und den Dingen aus dem Weg gehen, wie z.B. Arbeitskollegen die einen mobben, die einem nicht gut tun und einfach auch die Dinge tun die man gerne hat. Und glaubt mir, es gibt genug Leute die weiter dem Geld hinterher rennen werden und die Wirtschaft würde nicht an Fahrt verlieren oder zugrunde gehen, wie viele behaupten, wenn so ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden würde. Es würde einfach gerechter entlohnt werden. Denn wenn keiner das Scheißhaus sauber machen will, dann bedeutet das, dass einfach zu wenig gezahlt wird. Und warum soll ein Scheißhausputzer weniger Geld bekommen als ein Börsenhändler? Auf den Börsenhändler kann ich sehr gut verzichten, aber auf den Scheißhausputzer manchmal lieber nicht. Es würde im ganzen Land angefangen werden reale Gehälter gezahlt und keiner durch sozialen Druck und künstlich generierte Abhängigkeiten generierten Löhne existieren. Jeder ist sicher und jeder kann frei sein. Wisst ihr was das für eine Stimmung in diesem Land bedeutet? Auch das Argument dass keiner mehr arbeiten würde widerspricht dem Menschenverstand. Statt an der Kasse zu sitzen entscheidet sich die Erna lieber für die Jugendarbeit im Tierständnisverein. Oder der Olaf möchte statt Autos zusammenbauen lieber sich im Naturschutzbund engagieren. Der Mensch will etwas schaffen oder will produktiv sein, aber bitte mit Sinn. Und Geld verdienen? Das ist kein Sinn. Und Angst zu haben ins Hartz 4 zu fallen und dann gesellschaftlich geächtet zu sein? Das ist auch kein Sinn. Das ist einfach nur ein Kompromiss, den viele Menschen machen, der aber in unserem Lande überhaupt nicht notwendig wäre. Wir alle mögen es auch uns zu messen, Dinge zu erreichen und uns gegenseitig zu helfen. Tausende Projekte in Deutschland beweisen das. Lasst uns doch einfach mal näher und menschenwürdiger zusammenrücken und in Deutschland ein System der Zukunft erschaffen. Was haltet ihr von dem bedingungslosen Grundeinkommen? Ich bin ein ganz klarer Befürworter, dass sich Menschen wirklich frei entfalten können. Es ist zwar bis zu einem gewissen Grade auch derzeit möglich. Auch bedingungslos kann man sich derzeit wirklich nicht entwickeln und das finde ich sehr schade. Bitte Eure Meinung dazu in den Kommentaren. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten. Die Mission Vegan 5, das größte vegane kanalübergreifende Rezeptbuch von Youtube ist in die nächste Runde gegangen. Den Link gibt es oben in den Infokarten. Es war ja etwas eingeschlafen, da wieder jemand gegen die Regeln verstoßen hatte und ich wieder jemanden disqualifizieren musste. Nun schon die zweite Person die ich disqualifizieren musste nach der Ex-Freundin vom Robot Glatz. Aber scheinbar sind die Regeln doch zu kompliziert für den ein oder anderen. Aber nun hat die liebe Hanna die Lücke gefüllt mit ihrem veganen Linsen Sushi ohne Algen. Den Link zu ihrem Rezept findet ihr hier oder auch unten in der Infobox. Und sie hat sich dann gleich abgesprochen mit den beiden lieben netten Personen von Code und Karma und die haben direkt nachgelegt und gleich Level 29 absolviert, bevor ich wieder realisiert habe, dass die Mission Vegan 5 schon weiter gestartet ist. Und daher heute auch gleich das zweite Rezept und zwar sind das sehr attraktive Reispapier Section. Auch das Rezept findet ihr sowohl hier als auch unten in der Infobox. Denn Handy und Tablet Benutzer können die Anmerkungen hier im Video gar nicht sehen. Deswegen gibt es immer alle Links unten in der Infobox. Also sagt mir Eure Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen und lasst uns darüber diskutieren. Ich finde kaum etwas was dagegen spricht, da die Gewichtung auf eine freie Entscheidung und einen freiwilligen Markt an Arbeit ein zugegebenermaßen Luxusgut ist, dass sich aber die Menschen in diesem Lande mittels der Industrialisierung und des damit einhergehenden Verlusts an Natürlichkeit absolut verdient haben. Wen nutzt das ganze Geld und wenn die unterste Schicht der Gesellschaft ihren Stolz an der Schwelle zum Arbeitsamt abgeben muss. Und ich bin sogar der Meinung dass 800€ ausreichen würden. Aber der Kern ist ja eigentlich für mich persönlich das Bedingungslos und nicht unbedingt das Geld. Ob es nur 800€ oder 1000€ sind drauf geschissen. Aber das Bedingungslos ist der Kern für mich. Das macht die Menschen frei. Das macht die Menschen kreativ und das führt dazu dass die sozialen Spannungen zurückgehen, man sich auch wieder auf Augenhöhe trifft und wir wirklich ein gesellschaftlich gruppenübergreifendes Wirgefühl entwickeln. Eure Meinung dazu. Euer Christian. Tschüss.